Lektion 11b. Andere Länder. 1. Ferienerfahrungen. Hör das Interview mit anderen Schülern. Susanne, 15 Jahre. Meine Eltern fahren nicht gern weit weg. Deswegen sind wir auch im Sommer in Deutschland geblieben. Nur letztes Jahr, da sind wir im Winter nach Österreich gefahren, nach Kitzbüh zum Skifahren. Im Skilift habe ich auch gleich ein paar Österreicher kennengelernt. Die waren wirklich lustig und nett. Ich bin jeden Abend mit ihnen in die Disco gegangen. Mit meinen Eltern gab's da keine Probleme. Ja, und gegessen habe ich viel zu viel. Es gibt ja so leckere Süßspeisen in Österreich. Markus, 17 Jahre. Bei uns in der Nachbarschaft wohnen Türken. Die kennen wir ganz gut. Die Väter reden oft miteinander und meine Mutter hat auch schon öfter mal einen Kuchen für uns alle gebacken. Ja, und die haben uns jetzt schon so oft zu sich in die Türkei eingeladen, dass wir dieses Jahr wirklich bei ihnen waren. Ich habe noch nie so gastfreundliche Leute erlebt. Das ist der Wahnsinn. Die haben extra ein Fest für uns gemacht. Die ganze Verwandtschaft ist gekommen und hat uns behandelt, als gehörten wir zur Familie. Die türkische Küche finde ich auch ganz toll. Nur komisch ist, dass es Joghurt zu allen möglichen Gerichten gibt. Nikolaus, 14 Jahre. Ich war diesen Mai in London, in einer englischen Familie. Unsere Schule hat einen Schüleraustausch organisiert. Ich hätte nie gedacht, dass die Engländer so locker sind. Gar nicht kompliziert und so gastfreundlich. Ich war praktisch ein Familienmitglied und konnte machen, was ich wollte. Also man muss sich natürlich an England gewöhnen. Beim ersten Mal Busfahren bin ich fast in Panik ausgebrochen. Der Linksverkehr und noch dazu im Doppeldecker. Wenn so ein Bus um die Kurve fährt, dann hat man Angst, dass gleich das ganze Ding umfällt. Auch das Essen war ein Problem. Ich mag nun mal kein Lammfleisch und das gab's oft. Heike, 15 Jahre. Ich war jetzt schon viermal in einem Club in Griechenland. Das finde ich echt toll. Man hat da so viele Sportmöglichkeiten und lernt viele Jugendliche kennen. Das einzige Problem ist, es sind fast immer nur Deutsche da. Mir gefällt Griechenland so gut, da möchte ich auch mal mit Griechen sprechen und sehen, wie die so leben. Vielleicht fahre ich nächstes Jahr alleine, ohne meine Eltern, nur mit meinen Freunden. Dann gehen wir auf irgendeine griechische Insel zelten. Ich war schon mal in Griechenland zum Campen. Ich fand's echt super. Die Griechen sind unheimlich offen. Stellt euch vor, ich war mal mit meinen Eltern in einer Taverne. Wir wollten etwas essen. Plötzlich steht eine Flasche Wein auf dem Tisch, die meine Eltern gar nicht bestellt hatten. Am Nebentisch hat eine griechische Familie gesessen und die haben uns den Wein spendiert. Einfach so. Apropos Essen. Zum Frühstück gibt's nur Kaffee, aber dann machen die Griechen manchmal ein zweites Frühstück am Vormittag, mit Fisch oder so. Aber das Essen an sich schmeckt mir sehr gut. Ich finde auch toll, dass die Griechen so gern Musik hören und so viel tanzen. Sogar meine Eltern haben da mitgetanzt, weil da alle tanzen. Also wir fahren schon seit sieben Jahren nach Italien ans Meer, immer in denselben Ort. Da kennen wir mittlerweile alle. Es kommen auch immer dieselben Leute. Unsere Clique ist so ziemlich international. Da sind Holländer, eine Französin, zwei Engländer, Schweizer und auch Italiener. Mit einem italienischen Jungen, er heißt Fabio, habe ich eine Brieffreundschaft angefangen. Er ist echt süß. So nett und romantisch sind unsere Jungen nicht. Nur doof ist, dass die Jungen und Mädchen immer in Gruppen herumlaufen. Nie kann man sich mal mit einem alleine unterhalten. Das Essen in Italien ist klasse. Aber so viel. Die kochen zweimal am Tag warm.